Also, ich habe gerade in Fürstenau nachgefragt und die haben gemeint, ne, das ist der Külterberg, der ist irgendwie ca. 500 Meter über dem Meeresspiegel und für mich sah es halt aus wie der Brücke, aber ist ja auch im Garten. Boah, nice Brücke, das muss ich euch zeigen. Holzbrücke und Wasser. Ich mag Wasser. Alter, jetzt will ich was sehen. Alter, ich mache hier was. Deswegen Handy weg vom Steuer. Ja, das ist der Külterberg und lohnt sich halt nicht. Also, es hätte sich schon gelohnt, aber der Brompen wäre mir lieber gewesen. Ich mache jetzt, wie gesagt, weiter bis zum Kühlhäuser-Denkmal, mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Morgen wird auf jeden Fall das Kühlhäuser-Denkmal dran sein und dann kommt der Erfurt und dann bin ich wieder zu Hause. Oh nein. Tja. Kann man machen, nix. Bis später. Tja. Tja.